moin aus hamburg und heute wieder in unserem training video ich habe wieder was spannendes mitgebracht und zwar werde ich immer wieder gefragt carlos ich habe mal gehört pivo tages pivo was ist das wochen pivo und das möchte ich heute mit euch hier ja durch sprechen warum es ist sehr sehr spannend das was ich ihnen jetzt gleich zeige ist eine formel die man jeden tag neu berechnen kann und es ist wie eine magic linie wo der kurs gerne ranläuft da wieder abprallt ja und warum ist das so wichtig wenn man im trading auf intraday basis oder vielleicht sogar auf den kurzfristigen basis tradet dann sind ja unterstützung und widerstandszonen anhand der chartanalyse interessant und auch wichtig und es wäre natürlich auch interessant zu sehen wo der kurs eventuell hinläuft und wieder abprallt so und einer dieser magic linien die ich jetzt mal so bezeichnen ist der tages pivo und das möchte ich euch mit mit euch jetzt durchsprechen und wünsche euch viel viel spaß und wir gehen jetzt direkt in den präsentations modus und dann wieder live und ja ihr seht hier schon den chart und ich möchte jetzt gerne einmal euch in der teorie in form einer strategie die wir in der schulung bei uns im traders club machen und zwar master template das ist aber nicht das thema aber warum ich das mitgebracht habe ist hier wir haben in einer unserer strategien ein regelwerk wo wir sagen junge oder mädchen wenn du long oder short gehst dann bitte hab mit deiner brille oder mit dein fernglas den daily pivo in im auge der daily pivo hier das ist diese blaue linie und die formel darunter ist relativ einfach es ist vom vortag tages hoch tagestief tages schlusskurs durch drei also haben wir mittelwert der kann bisschen variieren wenn man sagt ich trete carlos den dax future paul tredet den kassamarkt und wir im traders club treten den cfd cfd ist keine neue partei nein cfd ist contract for different ist ein steuermodell was vor ja ewig langer zeit in london konzipiert worden ist von einer schweizer bank ja und ich war von anfang an begeistert weil man hier sauberes risiko money management berechnen kann bis in den cent bereich okay das nur nebenbei also was zeigt uns der daily pivo und wie können wir damit umgehen das ist heute das thema also tages hoch tagestief tages schlusskurs durch drei jetzt gehe ich wieder in dem metatrader mal rein ein ganz normaler chart wie wir hier sehen ich habe hier mein order tool den trade manager so aber wo ist jetzt der daily pivo wir haben dafür eine indikation ich gehe auf meine bibliothek und auf der linken seite seht ihr fibo pivo und den hole ich mal rein dann können wir das sehr sehr schön erkennen der lädt automatisch jeden tag aufs neue berechnet das automatisch das heißt es wird nicht per hand gemacht jetzt müssten wir ein augenmerkmal auf diese blaue linie legen die blaue linie ist der daily pivo hier wieder weg und wenn ich jetzt mal ganz einfach in der axel springer sprache bin also bildsprache dann meine damen herren sagen wir über den daily pivo sind wir long und am daily pivo sind wir short ganz einfach das bedeutet hier heute sind mehr käufer im markt wir sind oberhalb des gleiten also des durchschnitts von gestern daily pivo sind drüber und alles was darunter ist es erstmal short so jetzt müssen wir aufpassen wenn wir jetzt ein short setup kriegen ist die wahrscheinlichkeit dass der markt hier abheilt sehr sehr hoch wie hoch ich würde ihn heute beziffern ja und das ist ja natürlich nie eine garantie aber mit über 60 prozentiger wahrscheinlichkeit dass da hier erstmal abbreitet wir sehen es gestern nicht perfekt dran gelaufen aber ist hier in richtung und ist nach oben gegangen hier sehen wir aber und deswegen nenne ich sie ja auch wie eben auch magic linie genau an dem punkt das kann ja zufall sein carlos nein das ist es nicht es ist wie ein magnet das heißt er geht hier an daily pivo hält und geht wieder nach oben hier sehen wir wir sind unterhalb des daily pivos gestartet und ihr wisst unter daily pivo short und er hat den daily pivo sofort hier wieder beobachtet zurückerobert und ist long so und wir sehen hier herangelaufen abgeprallt und so kann man einzelmärkte durchgehen auf den kurzen oder höheren zeitebene spielt keine rolle weil der daily pivo wird immer berechnet von dem vortag das ist jetzt der dax das können wir aber auch auf den devisen einsetzen wir nehmen mal das größte devisenpaar der welt nämlich den euro dollar ich ziehe den mal rein und da sehen wir uns den daily pivo auch mal an wie sieht es hier aus okay wir sind oberhalb des daily pivos also sind wir long wie siehst du das so schnell das ist die blaue linie ein geschultes auge ich gehe mal auf den 15 minuten chart dann sehen wir es vielleicht eindeutiger hier sind wir direkt beim daily pivo gestartet durchgeboxt hier meine damen magic linie schaut mal die rote sonne er geht runter wohin geht darunter bis zu dieser blauen linie bis zum daily pivo und prallt dort ab und geht rauf was bedeutet das und wir sind ja umsetzer man kann also so eine daily pivo nehmen zum beispiel um einen stop loss zu platzieren dass sie sagt wenn der markt hier abprallt und wieder nach oben geht platziere ich unterhalb des daily pivos ein stop loss oder wenn ich short geht darüber und so weiter es gibt also zig möglichkeiten diesen daily pivo für sich zu nutzen auch hier daily pivo ran abgeprallt schaut mal hier ran abgeprallt das können wir uns jetzt auch noch mal in dem edelmetall gold anschauen ich schaue mal hier oben dow jones gold ist da ganz unten ich nehme mal gold mit rein und schauen uns das mal auf gold basis an gold ist heute long wir sehen daily pivo hier gestern richtung daily pivo raum gelaufen hier sind wir drüber und hier sieht man sehr sehr schön aufgesetzt 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 auf dem daily pivo und so könnt ihr markt für markt mal durchgehen also fassen wir zusammen der daily pivo vom vortag hochtief schlusskurs durch drei ist eine linie die von sehr vielen markt teilnehmer beobachtet wird die von sehr vielen markt teilnehmer getradet wird und sollte man als trader wie man sagt in hamburg auf dem zettel haben ich hoffe euch hat es gefallen ich wünsche euch gute trades bleibt gesund und bis zum nächsten video